Wie groß ist die Liebe zu Charles und Camilla, dass sie bei dem Wetter auf den Rathausmarkt kommen? Ich muss sagen, ich bin jetzt kein Fan von den Royals an sich. Ich finde es einfach interessant, weil es ein historisches Ereignis ist und ich will einfach mal gucken, wie das alles abläuft. Aber Sie haben so eine London-Tasche, also so eine Affinität zu Großbritannien, gibt es schon, oder? Ich mag England an sich als Land einfach nach der Kultur. Also auch mit den Royals ist es eher Neugier. Das heißt, Sie wollen ein Foto oder auch gerne die Hand schütteln oder einfach nur gucken? Hand schütteln, ja schön, ein Foto, wenn das erlaubt ist, natürlich auch. Einfach, weil es eben wichtige Leute sind, die man halt international kennt. Das ist einfach eine große Ehre so. Gucken Sie die Krönung auch im Fernsehen oder sagen Sie, nee, ich will ihn einmal live sehen und das ist dann auch okay? Ich glaube, ich gucke mal rein, einfach, weil es eben so ein Ereignis ist und das nicht jeden Tag passiert. Aber jetzt den ganzen Tag vom Fernsehen hocken werde ich auch nicht.